Bevor unsere Entwicklung von Zeplatin GT begann, wurden entweder Öle oder Fette für die Schmierung von offenen Getrieben eingesetzt. Jede Produktart hat ihre Vor- und Nachteile. Wir hatten damals als Ziel vor Augen, ein Produkt zu entwickeln, das alle Vorteile der verschiedenen Schmierstoffarten kombiniert. Mit Unterstützung unserer Serviceingenieure aus der ganzen Welt wurde eine Liste mit all den Anforderungen, die ein optimaler Schmierstoff für offene Getriebe erfüllen sollte, erstellt. In intensiver Zusammenarbeit mit unserer Forschung und Entwicklung ist es uns letztendlich gelungen, den perfekten offenen Getriebeschmierstoff auf den Markt zu bringen. Zeplatin GT wird seitdem von unseren Kunden weltweit sehr erfolgreich eingesetzt und ist von allen bedeutenden Maschinenherstellern in der Mining- und Zementindustrie freigegeben. Zeplatin GT is the state of the motion. Nachher Benjamin Daniel Steele Erik David Anruf Untertitelung des ZDF, 2020